Herzlich Willkommen zurück zu einer weiteren Folge von BrainerCraft 2 Bitte bei 85 wieder und ein kleiner Wuff Hallo, ich weiß jetzt woran es so rumlägt Was? Sag mal, das mal weg Also zumindest jetzt einigermaßen, dass es daran liegt Das weg So viele Monster oder was? Äh, 81K Glas bestellen ist halt auch nicht gerade serverlastig Jetzt geht es zumindest bei mir mit den Legs wieder besser Ja, bei mir ist es jetzt gerade so Ich weiß ja nicht, ob wir Also dazu sei gesagt Äh, als wir Ausgerechnet jetzt bin ich wichtig Äh, als ich das Wir wollten ja letzte Woche schon aufnehmen Doch da hat bei mir die Ich hatte schon eine schöne 5 Sekunden Verzögerung Richtig schöne Spielen ist nicht lustig Mit Verzögerung Na, Legs sind nicht gut Ich habe jetzt schon wieder zum Beispiel zu 21 Habe gerade das angeklickt Mal sehen, wann es sich ändert Wird wahrscheinlich wieder mitten drin passieren Wenn ich es überhaupt nicht brauchen kann Irgendwas wollte ich jetzt suchen Ich glaube, dann kann ich jetzt gar nicht den neuen Raum vorführen, oder? Wenn es so leckt Doch, doch, ganz ruhig Na, komm mal Kommst mal raus in den neuen Raum Ja, ich habe schon Escape gedrückt Hier Ich muss zweimal Escape drücken Okay, gut Bei mir hat sich das schon wieder gelegt Okay, neuer Raum Okay Das ist Hebel Nummer 1 Wo bist du denn? Guck nach oben Dürfte jetzt dicht sein Ja Hebel Nummer 1 Nur kurz warten, bis es wieder zurückgefahren ist Und das ist Hebel Nummer 2 Das ist Erleuchtetes Ah, ich glaube Ich habe, glaube ich, in eine Sprosse Erleuchtetes reingegeben Und? Ja Das macht auch so viel Sinn, weil wir auch so oft Tag haben, ne? Wir haben nur Tag Aber, was hältst du davon? Schon Clou aus Na, dass hier drunten ein Zoo entsteht Ja, da kann ich Die wissen halt, wo sie hin müssen Wo sie nicht getötet werden Das ist etwas blöder So, jetzt mal sie Ton suchen Ton, Ton, Ton Ton haben wir im MME-System Haben wir nicht Doch, haben wir Das weiß ich hundertprozentig Aber nicht den Ton, was ich brauche Was für Ton brauchst du denn? Ja, das ist alles 11 111.000 Ton Meinst du die Clay? Ja Der Hammer Das ist blauer, roter und grüner Clay, wenn du den willst Ah, zum Glasfärben Ach so, färbigen Du brauchst Farben und keine Dinger Ach, nein Wir haben keinen Plan von Vondore Ihr braucht 337 337 Hammernet Aber ich kann der theoretischen Ton abbauen Ja, deswegen Ja Wir haben so gerne eine Schaufel Wir haben extra eine Schaufel für dich Wenn wir dich so lieb haben Äh 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 Kommt noch der ganze Ton her Wir machen mal dicht So, das heißt hier machen wir noch ein Glasdinger rein Ja Äh 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 Jetzt haben wir Ton Jetzt weiß ich was ich machen wollte Ey Das heißt hier sind wir noch ein paar Minuten So, wo ist meine Schlacke? Äh Äh Gegritte Pilze Hm, ich rede Pilze Alle sehen Pilze Okay, das sei jetzt fehlt nur noch ein Ofen, oder was? Ah, wo ist das Ding? Da ist es doch Ja, ein Ofen Wenn da fehlt Äh, wie macht man Bogen nochmal? Äh, das ist natürlich ernsthaft deine Frage, oder? Wie wenn ein Bogen macht Schau im Wiki nach Ja, mein Kaffee Nee, äh, drei Stöcke und drei Fäden Okay Okay Sag mal, habt ihr die ganzen Holzkohle-Staub an euch genommen? Brauch ich nicht Holzkohle-Staub? Ja Hier ist der automatisch gleich irgendwo anders Achso, ne, ich hab schon Ich hab schon wieder Äh, Holzer Ist das reiche Schlacke? Ja, reiche Schlacke Ja, reiche Schlacke Ja, reiche Schlacke Nicht wichtiges Guck nur gerade, dass ich irgendwo ein bisschen erleuchtetes Glas mit einbaue Brauchst du ja nicht Na, das sieht trotzdem so aus Warum läuft der letzte Ding nicht mit? Du solltest doch auch aktiviert werden So Das KW sollte man halt auch anstecken Oh, das will ich nicht Ah Steht da nur nach Erde Ah Ein Gerät da Es sieht zwar richtig doof aus von oben Dieses riesige Glaskasten-Ding da Das Ding? Ui, da ist ein Dorftrottel drin Wo ist ein Dorftrottel drin? Cool Ich habe ein Handelautomat gebaut Ist Ja Wir brauchen nie mehr wieder ein Dorf gehen Wo ist das? Ein Hauptraum? Ja Cool Das ist ein Geldautomat Naja, sie kann die da wechseln und sagen Okay, ich will Grünen Wo ist denn der Grüne? Da ist der Grüne Cool Du kannst dir noch sagen Nee, das will ich nicht Oder Nein, ich will weniger Ach, ist das geil Du kannst den voll umstellen Na, ich möchte bitte Nur Ein Zettel ist kurz für ein Smaragd Nein, ich möchte weniger Smaragde zahlen Ach, da seid ihr Ist das cool Guckt in die mal rein Das ist voll geil Du kannst alles verstellen Du kannst sagen Okay, ich möchte die 10 Silizium für 1 Smaragd Aber ich möchte nur 1 Silizium für 1 Smaragd zahlen Aber dann zahlt ihr das nicht mehr Du kannst auswählen Du kannst auswählen Was dann geht nicht mehr Bahn Bis zum alles Du kannst auch noch andere auswählen Ne Andere darf man auswählen Ja Ach cool Dattelbalm ist jetzt Link Wiederverwenderbares Safari-Netz Für 1 Smaragd, bitte Sieht man natürlich nicht, wer das ist, ne? Aluentrum Oh, das wäre für Formkraft Super Ah, guck mal hier, der Disk-Jockey Okay Disk-Typ Das ist ein Werkarbeiter Das ist Das ist der AK Das ist der Der Bahnarbeiter Das ist der Schlachter Das ist der Dorfbewohner Und das ist der Alchemist Das ist der Das ist der Bibliothekar Das ist Was ist er denn? Unbekanntes Demenz Okay Das ist Das ist er für ein Typ Aber ich habe mir gedacht, wer sich dieser eine Raum mit Licht, dass man weniger als sich vorkommt, als geht man in der dunklen Grotte unterirdisch leben Was ist das? Dann müsste es aber die Fahrt hier auch weg machen Was ist das? Was ist das? Was ist das? Was Wir hier auch so wegfahren Der Boden Du kannst sogar Strukturen hier bauen Minenschachtstruktur dir bauen Ja, aber dein erleuchtetes Glas, das darf überall brennen So, wir wären auch schon wieder am Ende unserer Folge Okay Schon? Schon wieder? Ja Okay Alles Ne, bei uns Ciao 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 Ciao